Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, da werden Sie sich mal angucken können, wie das Spektrum aussieht. Wir haben doch auch hier einen von der freiwilligen Selbstkontrolle, Frau Dr. Merke. Machen die ihre Arbeit nicht gut oder woran liegt das? Die machen so wie die Bundesprüfstelle ihre Arbeit gut und auf dem Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Nur die Frage ist, ob das allein schon ausreicht, um dem Thema gerecht zu werden. Das ist immer die Frage. Man kann natürlich mit Verboten alleine die Sache nicht regeln. Denn es gibt natürlich immer die Möglichkeit der Umgehungsgeschäfte, die gibt es beim Fernsehen nach 23 Uhr, gucken natürlich auch Kinder. Da gibt es einen Medienstaatsvertrag. Es gibt einen Staatsvertrag, der ganz bestimmte Sendezeiten vorschreibt für Filme, die etwa ab 16 frei sind, die dürfen erst nach 22 Uhr gezeigt werden. Und Filme, die ab 18 frei sind, erst nach 23 Uhr. Ich finde das im Prinzip so richtig. Man muss natürlich auch sehen, dass natürlich auch Kinder danach schauen, nach 23 Uhr schauen. Da gibt es noch die schöne Erfindung des Videorekorders. Es gibt den Videorekorder. Aber Sie können es natürlich nie verhindern. Wir sind in keinem Staat, der so die Haushalte kontrolliert, dass nun jeder da einen Polizisten am Fernseher hat. Das heißt, wir müssen irgendwo abwägen. Aber wir brauchen noch nicht... Entschuldigung. Sie müssen abwägen zwischen dem Freiheitsgedanken des Grundgesetzes und zwischen dem Schutzgedanken des Jugendschutzes und des Grundgesetzes. Und hier müssen wir zu einem vernünftigen Ausbild. Wir sind doch sicherlich einig, dass wir das Bewusstsein erstmal dafür fördern müssen, dass es solche Filme gibt, die für Jugendliche nicht geeignet sind. Da müssen wir fragen, ist es unbedingt nötig, dass die, die vorher von der Bundesprüfstelle indiziert wurden, dann ab 23 Uhr 5 gehäuft und am Wochenende und in den Ferien gezeigt werden. Und wenn dann noch die Begründung kommt, eigentlich seien die gar nicht mehr so schlimm, die seien nämlich 1975 schon indiziert worden. Und heute findet man die gar nicht mehr schlimm. Dann kann ich nur sagen, der beste Beweis dafür, dass die Gewaltspirale sich immer höher dreht, das alles kann nicht in unser Interesse sein. Das blägt uns aber nicht davon ab, dass natürlich die Eltern auch verantwortlich handeln müssen, gerade mit ihren Kindern. Frau Merklin, das sind zwei Seiten. Das sind verschiedene Seiten. Aber natürlich müssen wir auch an den Straßen Vorkehrungsmaßnahmen treffen, obwohl man auch sagt, Eltern sollen ihre Kinder an der Hand halten. Aber das Fernsehen ist kein Ersatzerzieher. Nein, natürlich ist es kein Ersatzerzieher, aber Frau Monsen-Engmerding hat es gesagt, welche Formen von Gewalt gezeigt werden, haben sie sofort gesagt. Das finden sie auch nicht in Ordnung, das finden wir aber leider auf den Videos und Filmen. Wir haben doch die Justiz, die die Verherrlichung von Gewalt ahndet, warum überlassen Sie denen denn nicht das Geschäft? Weil wir genau diesen Abwägungsprozess ständig zu treffen haben und ohne den mündigen Bürger im Gespräch mit dem mündigen Fernsehproduzenten leider nicht auskommen, wenn wir uns diese Abwägung noch verhalten wollen. In Ordnung finden, dann ändern Sie das doch im Bundestag. Nein, jetzt passen wir auf, Sie fangen mich doch auf die politischen Wege. Erst haben Sie gesagt, ich will was verbieten. Das ist doch okay, wenn Sie... Das fänden Sie Eingriff des Staates und jetzt erklären Sie mir, wir müssten die Gesetze verschärfen. Das allein bringt nicht die Lösung des Problems. Also gut, ich würde mal gerne, hier ist ja immer nur von irgendwelchen indizierten Filmen die Rede, die nach 23 Uhr gesendet werden und so. Herr Wassner, Sie spielen ja auch mal in so einer glorreichen Serie, mit Tatort heißt sie, da geht es ja auch immer unheimlich zur Sache. Ich übrigens sehr gerne. Ja, ehrlich, aber da sitzen doch auch ganz viele Kinder vor der Mattscheibe, da wird rumgeballert und geschlagen und alles mit Ihnen. Ja, da beißt sich die Kasse in den Schwanz. Wir sagen ja, es kommt auf die Präsentation an. Das, was mich interessiert, weil wir im dritten Teil sind, wir sind im dritten Teil und wollten ja die gemeinsamen Konsens finden. Ist denn die Präsentation im Tafel so viel langweiliger, dass die Kinder abschalten oder woran liegt es denn dann? Also Synthese, wir kommen jetzt mal zu den Maßnahmen. Sag es doch mal, eine kleine Antwort. Ich sage es ja. Schön. Da wir ja nun Räuber und Gendarmen nicht mehr spielen, weil Karl May vorbei ist, haben Sie, und jetzt diese Spielchen ja draußen weitergehen, haben Sie vorhin selber gesagt, es gibt eine Abstumpfung. Eine Abstumpfung, also das heißt, das Kind empfindet es vielleicht auch nicht mehr als so grauenvoll, wenn es dort dann plötzlich also... Doch, ich würde mal sagen, also das würde ich nicht sagen. Aber lassen Sie uns einen gemeinsamen Konsens doch finden. Sie sagen zum Beispiel in Ihrem Vortrag, sagen Sie, der normale Zuschauer sollte Mitspracherecht haben. Darf ich Sie fragen, was ist der normale Zuschauer? Der durchschnittliche, der an so einer Umfrage teilnimmt. Das heißt doch aber dann sofort, der mit dem gesunden Menschenverstand, das heißt doch dann sofort, der mit dem gesunden Volksempfinden, das heißt sofort, der mit dem Gleichheitsgeschmack... Ja, aber das heißt es doch, der normale Zuschauer. Aus Ihrer Sicht... Was ist der normale Zuschauer? Es gibt nur individuelle Zuschauer. Jeder hat einen anderen Geschmack. Sicherlich hat jeder einen anderen Geschmack, aber... Es gibt keinen normalen Zuschauer. Und es gibt... und trotz all dem gibt es Mittelwerte und die sagen eben, dass es Zuschauer in einem bestimmten Spektrum gibt, aber das sind Zuschauer, die eben zu bestimmten Zeiten die Fernsehsender einschalten. Ich meine, jeder Zuschauer sollte zu einem mündigen Zuschauer erzogen werden. Und dazu sollte er Mitspracherecht haben. Und heute ist es so, dass keinerlei Gremien existieren, in denen die Zuschauer Mitspracherechte haben, außer dass geguckt wird, wie hoch die Einschaltquoten sind. Und danach orientieren sich die Sendeanstalten, weil Sie meinen, da wo am meisten Einschaltquote ist, in der Richtung muss man weitermachen. Und das ist aus meiner Sicht eine ziemlich verwerfliche Entwicklung, wenn man sich allein daran orientiert. Auch richten Sie sich nach Einschaltquoten. Und da sind im Übrigen die Filme von Herrn Schlingensief nicht dabei. Es geht nämlich um ganz andere Gewaltdarstellungen, das möchte ich hier auch mal sagen. Und ob wir da dem Geschmack oder den einfachen Einschaltquoten als wesentliches Element unserer Handlungstätigkeiten nachgeben sollten, das habe ich meine Zweifel. Und Sie sehen, an dem Unbehagen der Menschen, sehen Sie, dass der Zuschauer durchaus mündiger ist, als wir ihn annehmen. Also Unbehagen gibt es ja auch mal, gibt es so ein Stichwort Politikverdrossenheit, weil man nur alle vier Jahre mal ein Kreuz machen darf. Da komme ich dann wieder mal auf den heißen Schuh, wenn man darüber denkt. Wenn der Zuschauer mündiger ist, brauchen wir keine Selektion. Herr Baasner, ich wollte mal jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, wenn das sei, die Spirale der Gewalt sei dadurch deutlich, dass es eine Abstumpfung gegeben hätte. Ich habe während der Vorbereitung eine Kritik gelesen, in der hieß es, eine Gesellschaft, die solche Filme sieht, die muss total krank sein. Da ging es um James Bond, das war 1965. Sehen Sie, Abstumpfung, würde heute keiner mehr sagen. Ist doch ganz klar. Sind Sie der Meinung, dass James-Bond-Filme verrohend sind und dass wir krank sind, wenn wir James-Bond sind? Das ist doch gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass solche Äußerungen von vor 10 oder 20 Jahren uns deutlich zeigen, dass wir in dem, was die Reize ausmacht, wie Herr Grimm sagen würde, ganz deutlich die Schwelle immer mehr anheben. Und da ich davon ausgehe, dass dieses, was wir sehen, auch Erfolgerungen auf unserer Verhalten hat, halte ich das für gefährlich. Das ist ja meine These. Und in der Gesamtheit müssen wir darüber sprechen, dass eine gewisse höhere Gewaltbereitschaft oder eine Senkung der Gewaltschwelle und eine Akzeptanz, dass man seine eigenen Probleme mittels Gewalt löst, dadurch produziert wird. Das ist das Problem. Darüber können wir sprechen, aber das ist praktisch ein Appell zur Enthaltsamkeit. Zur Enthaltsamkeit, das Fernsehen einzuschalten. Und das ist ein Gespräch unter Pastorentöchtern. Das können wir ja gerne tun. Umso eine sitzt hier, nun sind Sie wahrscheinlich kein Pastorensohn, deshalb ist das ein bisschen schwierig jetzt. Nein, ich will damit nur sagen, das sind fromme Wünsche, die Sie äußern. Das ergibt sich ja weiter nichts daraus. Ja, was schlagen Sie denn vor? Ja, was ich vorschlage, das den Fachleuten zu überlassen. Es gibt ja die Justiz, die... Wer sind denn die Fachleute? Ja, die Justiz, die die Verhandlung von Gewalt ahnt. Ich bitte Sie. Sie halten nichts von der Justiz. Okay. Das sage ich nicht, aber... Da gibt es die Bundesprüfstelle, nicht? Ich sage überhaupt nicht, dass ich... Warum wollen Sie den Leuten immer vorschreiben? Sie können ja mit den Leuten reden. Nein, ich will Ihnen doch gar nicht vorschreiben. Aber Sie können den Leuten doch keine Vorstift lachen. Ich komme aus einem System, in dem der Staat mithilfe seiner Justiz alles regeln wollte. Und genau das will ich nicht. Ich will den mündigen Fernsehzuschauer, der mit den Produzenten darüber diskutiert oder darüber sich ein Urteil bildet, in welcher Weise das Programm weitergehen soll. Und dieser Prozess findet heute aus meiner Sicht zu wenig statt. Es gibt Fernsehsinn. Das sind doch fromme Wünsche. Soll es dann ein Parlament gewählt werden? Nein, ich habe jetzt... Darüber kann man nachdenken. Man kann zum Beispiel mal Zuschauergruppierungen sich vorstellen, die diskutieren und sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem Programm... Also von der Abstimmung des Zuschauers, die jede Minute möglich ist, durch die Fernbedingung halten Sie nichts? Na, das ist ein bisschen kurz gefasst. Die Menschen... Die Realität, und das haben wir ja heute schon gesehen, ist ja etwas Vielfältiger. Meistens gibt es zwei, drei Seiten. Sie haben zwei Nummern, kann man Ja und Nein sagen. Und da halte ich unsere Bürger eigentlich für ein bisschen intelligenter, dass sie da noch ein bisschen mehr einbringen können. Jein noch, oder vielleicht? Nein, ich glaube schon ein paar Sätze, so wie wir uns schon eine Dreiviertelstunde... Ja, die kann man so schlechter mit einer Abstimmung machen, ein paar Sätze, ne? Aber je mehr der Sender, desto besser, dann kann der Zuschauer, der mündig ist und sein sollte, selektieren. Warum? Das braucht man doch nicht regulieren. Ne, darum geht's ja nicht. Es geht darum... Doch, genau, doch, darum geht es. Also ich will doch nicht die Zahl der Sender wieder einschränken. Ich frage mich nur... Nein, Sie möchten nur einschränken, was Sie senden dürfen, oder? Nein, auch das möchte ich nicht einschränken. Sondern ich möchte, ich stelle die Frage, ob das, was heute gesendet wird, die Vielzahl von Gewalt und die teilweise auch Verherrlichung von Gewalt, dem entspricht, was unsere Bürger, also was die Bürger erleben und was ihre Realität ausmacht. Also dieses pädagogische Unternehmen, mein Gott noch mal, das ist doch alles längst abgehakt. Es ist ja schön, dass wir die Justiz haben, die keinerlei... Das ist keine Erziehungseinrichtung des Fernsehens. Aber die Justiz hat... Ich darf Ihren Dialog noch einmal kurz unterbrechen, ich möchte das Ergebnis unserer zweiten Umfrage. Es wird sich freuen, Frau Dr. Merkel. Wir hatten gefragt, unsere Zuschauer, ist Zensur nötig? Sind andere Maßnahmen nötig? 74,1 Prozent sagen Ja. 25,9 Prozent sagen Nein. Das ist eine Bankerotterklärung. Mit welchem Film wollen Sie auf dieses Ergebnis antworten? Er möchte gerne mitreden und Sie lassen Sie nicht, weil Sie sagen, wie Fachleute. Herr Dr. Merkel, darf ich ganz kurz die Frage an, dann strängen Sie sich mal los. Mit welchem Film wollen Sie denn darauf antworten? Was kommt jetzt? Der neue Film gemacht, Terror 2000, der kommt jetzt im Herbst raus und der handelt über Rostock, die Nazis, meine Mutter war ein Nazi, mein Vater war ein Nazi, ich bin ein Nazi, alles wird gut, wir sind aus allem Blut. Und da geht es dann auch um das Deutschland, was Sie versuchen zu disziplinieren und was Sie nicht disziplinieren lässt, weil Gewalt nun mal eben, glaube ich, nicht nur vom Fernsehen sozialisiert wird, wo die Sozialisation nicht nur von dem Fernsehen stattfindet, sondern wo ganz andere Sachen sind. Und was ich noch sagen will, ist einfach, wenn Sie sagen, James Bond 65, die Kritik heute was anderes, die Leute können mit Filmen mittlerweile anders umgehen und Sie machen die Leute unmündig. Es ist für mich immer ein Gräuel zu sehen, wenn Leute meinen Film plötzlich als bare Münze nehmen, wo die Tricks so schlecht sind und das Blut so wahnsinnig rot, dann würde ich nur sagen... Die Gefahr, dass ich Ihren Film als bare Münze nehme, ist bei mir relativ gering, obwohl Sie mir gerade gesagt haben, ich mache die Leute unmündig. Das stimmt doch gar nicht. Die Leute können durchaus... Eine Dreiviertelstunde Streit um Gewalt im Fernsehen ist vorbei. Meine Damen und Herren, der heiße Stuhl geht mit gutem Beispiel voran. Am kommenden Dienstag sind von uns jedenfalls keine verbalen Kraftakte, Gewaltakte zu erwarten. Wir melden uns erst wieder in 14 Tagen und ich hoffe, Sie sind dann dabei. Tschüss. Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020